Ein Bundesligaspiel mehr, ein wichtiges. Ich glaube schon auch, dass es wegweisend sein kann für uns und wir da alles wirklich reinhauen müssen, da wir wirklich auch einen Gegner haben, der uns nicht in Ruhe lassen wird. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Es ist eine sehr, sehr intensive Mannschaft, laufstark, aggressiv, vor allem zu Hause. Da müssen wir schon auch dagegen halten. Zunächst einmal, wenn man auf die Tabelle schaut, mit Sicherheit ein Anwärter, einfach weil sie ganz nah dran sind von den Punkten her und wenn man auf die Statistiken schaut, auch eine Mannschaft, die jetzt in den letzten Bundesligaspielen, ich glaube sechs Bundesligaspieler, nur eine Niederlage. Von daher mit Sicherheit jetzt eine Mannschaft, die einen Lauf hat, die auch schon eine gewisse Zeit mit dem Trainer zusammenarbeitet, die sicherlich auch wissen, was sie zu tun haben, wie sie es zu machen haben und auch eingespielt sind im Endeffekt. Und die wittern mit Sicherheit auch ihre Chance jetzt nach oben. Von daher erwartet uns da schon auch viel Arbeit. Aber wir müssen trotz alledem schauen, dass wir unser Spiel auch wieder dort versuchen zu machen. Und wir haben auch die Möglichkeit, uns dort mit einem positiven Ergebnis auch einfach auch den Abstand nach unten auszubauen oder zumindest gleich zu halten. Und das ist eigentlich auch ein sehr, sehr wichtiges Ziel jetzt erstmal für uns. Und das ist eigentlich auch ein sehr, sehr wichtiges Ziel.